Oh, fuck. Ja, oh. Macht doch noch mehr Schaden. Oh, fuck. Da hat er mich. Muss ich mir ausweichen, eindeutig. Okay. Bisschen geduldiger. Oh, mein Gott. In die falsche Richtung gedasht. Klasse. Jawohl. Ja, klar. Ich bin noch weggedasht. Oh, Gott. Was macht der jetzt? Mit der in seine Teufelsgestalt. Da kann ich mich nur fernhalten von dem. Ja, oh. Ja, ist dann wieder weg. Da haben wir ihn. Ah, man hört das ja, wenn der einen nicht mag. Verdammt. Jao. Oh mein Gott, hat der viel Schaden gemacht. Ich werde mich eigentlich jetzt schon heilen. Ja, ich werde mich nicht heilen. Noch nicht. Wenn, dann gehe ich in den nächsten Versuch. Nein, also gar nicht. Geht einfach so in die Gestalt. Ohne Vorwarnung. Dann solltest du dich einfach nur fernhalten. Also, du könntest damit aufhören. Das würde ich halt sehr gut empfinden. Oh mein Gott. Nee, nee, nee. Was war das denn? Okay. Nächster Versuch. Das war ja genial. Diesmal werde ich mich aber heilen eindeutig. Ja. Oh, ich mache hier einen ganz gewaltigen Fehler gerade. Na, das war die komplett falsche Attacke. Na, komm her. Voll. Drei Marsch habe ich das. Die Attacke durchzuziehen. Sollte der Einkliegen nicht machen, aber ist ja egal. Das ist ja nicht einfach da hinsliden. Manchmal. Er geht wieder in die Gestalt. Oh, ich habe schon viel weggenommen. Oh, du bist Bluten, Virgil. Und dein Bluten, die vergossen werden. Manchmal ist er wirklich saueffektiv. Zack, zack. Jawohl. Kann er nicht wahr sein. Gott. In der Gestalt macht man ihm wirklich gar keinen Schaden mit dem Schwert. Ja, ich sehe jetzt, warum man nur Schwert verwendet gegen den. Ist eigentlich ganz logisch, weil man dann immer hinsliden kann. Fuck. Oh, shit. Noch musst du ihn mir nicht heilen. Ich bin schon weiter als vorher. Ja, klasse. Du hast deiner scheiß Gestalt raus, Virgil. Geht doch. Ja, voll. Ja, läuft doch noch. Oh, wie der direkt runter hat. Das ist mies. Kann nicht wahr sein. Hat er seinen Kampfstil geändert? Ja. Wenn er Teufelsgestalt ist, geht er bitte raus. Jawohl. Das Schlimm ist, ich komme dem gerade nicht nah. Oh, ich will dem guter Maus weichen. Alter, er frisst guten Schaden mit dem Pistolen, warte. Ich will dem nicht zu nahe kommen, ehrlich nicht. Ich weiß nicht, wie das der riesigen Schaden macht. Oh nein, Virgil. Du wirst doch so draufgehen mit meinen Pistolen. Boah, dann geht er in die Teufelsgestalt. So kurz vor Schuss. Der heilt sich ja auch ganz mies. Na geil, falsche Richtung ausgewischen. Das ist ein Heilungsprozess, mindestens ein bisschen stoppen. Oh Gott. Ich wollte mich nicht heilen. Oh nein. Oh nein. Ich muss mich heilen. Scheiße. Ich hatte es nicht vor, aber ich muss jetzt. Sonst werde ich gleich so was von verrecken. Oh, ich habe nur einen großen. Nies. Naja, gut. Och. Ich stand so knapp davor. Scheiße. Kacke, ey. Also das war wirklich mies. Letzten Treffer hätten nicht sein müssen. So schwer war Virgil jetzt eigentlich nicht. Woa. 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 Ich bin extremig, wasser. Du hast ihn into this. Ist das, was du denkst? Foolish girl. Boah! Beide haben sich getroffen. Bravo! Bravo! Ich habe nie gedacht, dass Dinge so schnell gehen würden. Gut gemacht, alle. Well done, you. Don't be a bad girl, Mary. Wow. You can expect a spanking from Daddy later. Justice is going to spank you, but spank you are never a fool. I don't know where you came from, but you don't belong here. Now leave! Ha 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 ha! Wow. Zowie, that was close. But you've taken quite a trouncing today, haven't you, Virgil? You could have chopped me into confetti by now if you were in tip-tock condition. Damn you! You have lost. Oh mein Gott. Das kann nur einer gewesen sein. Because you underestimated humans. What's going on? Good girl. Pure and innocent. Just like your mother. You bastard! It's time for your spanking, my dear. Oh! Oh! Ausgenockt. I don't know where the spell didn't break. Hmm, Virgil? You have the two antlets and Sparta's blood. You had everything you needed to unleash the evil. I told you before, I don't like anybody who has a bigger mouth than mine. You are the wounded and weak. Ha 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 ha! Even I can do... This to you! Wow, wie die dem einfach nur unterlegen sind. A set of Sparta's blood. Now I need one more key. He sacrificed two things to suppress the tremendous force of this tower. His own devil's blood and a mortal priestess. Oh my God. I needed you. In whose body flows the same blood as the sacrificed woman. His spell cannot be undone without your blood. It was quite a ride, you know. If any of you had died before getting here, our little plan would have gone to waste. Ha! Therefore, my job was to make you battle each other in order to weaken you. But at the same time, I had to guide you here and make sure that you were kept alive. I even went so far as dressing like a complete idiot. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! It's time for bed, Mary. You can visit your dear mother. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Whoa! Try me. It's time for the clown to bow out, Arkham. Dude, the show's over. The show's over. Dude, the show's over. Funny good. Wow. Die Hölle bricht los. Boah, was für'n Sweep. Boah. Der Typ hat's mal drauf. Just wait. Wait for the birth of a new god. I shall take over the power of Spana! Wow. Quoteosaurus ist irgendwie runtergefallen. Also, ne? Erstmal wieder speichern. Aber das mit Virgil ärgert mich ein bisschen. Hätte den Stern sowas von nicht benutzen müssen. Die letzten Treffer waren super unnötig. Ah, nervt. Okay, wir wollen weiter. Okay. Okay. Oh, wow. Der Controller vibriert grad wie verrückt. Richtig stark. Are you gonna go? Yes, I'm going to finish him off. Well, you might as well forget it. Because you're no match for him.